Yo Freunde, heute testet ihr die drei schlechtesten Tetschwecks in Minecraft Und, nuja, was soll man sagen, die waren wirklich sehr, sehr schlecht Iron ist Gold und Iron ist Gold, downloadt es euch Und ihr habt einen eigenen Elon Mask Ich sag ganz ehrlich, die Tools, die haben was Falls euch dieser Konne gefällt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da Es ist ein einzelner Klick und ich würde mich unglaublich unterstützen Und folgt mir gerne auf Twitch.tv Und ja, jetzt will ich nicht mehr lange um den heißen Brei reden Viel Spaß mit dem Video Ihr merkt schon, es ist einiges cursed Das ist übrigens das Guinea Curse Pack Ich weiß gerade nicht ganz genau, wie es heißt Es ist auch einiges übersteuert Äh, meine Ohren fangen an zu bluten Oh, oh ja, ich merke schon Okay, also das Inventar ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant Iron ist Gold und Iron ist Gold Äh, es ist sehr favorient Irgendwelche Sounds werden abgespielt Alles übersteuert Ich versuche erstmal den Weißen zu pushen Boah, ich werde definitiv im Schnitt die Sounds leise machen müssen, ey Boah, das tut schon weh in den Ohren, wie laut das ist Als ich einmal so auf den Block schlage Das hört sich an, also keine Ahnung Das FBI in meine Tür eintreten, ey Irgendwie, ich habe auch immer ein Eisenschwert Warum auch immer ich ein Eisenschwert habe Aber ist okay Ich hoffe, die anderen Packs werden nicht so schlimm, ey Oh mein Ich muss ihn bekommen, ich muss ihn bekommen, ich muss ihn bekommen Stark Ich weiß nicht wie Aber wir haben das erste Bett kaputt bekommen Oh, ich schau jetzt Ich gucke mir den Okay, ich bin tot Ich weiß auch nicht, wieso ich mir sowas antue, ey Wieso tue ich mir sowas ständig an Ja, willst du irgendwie runterkommen oder so? Jiga, was war seine Mission? Also ich sage es mal so Je nach werde ich definitiv meine Ohren operieren lassen müssen, ey Feuerball ist eine Enderperle Und eine Enderperle im Feuerball Ich glaube, ich versuche mal den Türkisen zu pushen Oh ja Und Das hat man über die ganze Map gehört Sollte ich fragen, wieso da Badrock? Ne, ich frage einfach nicht, okay Ich glaube, ich gehe einfach den Türkisen pushen Ich darf mich hier gar nicht vertun Ey, ich sehe schon, komm Ich fall ins Wollt Will eine Enderperle werfen Aber es ist ein Feuerball Gut, dann setze ich mich mal da Ah, ich glaube da Ja, der Rote ist schon auf dem Weg Der war gerade mit Badrock Ich gehe einfach hier rüber Oh Oh Ein Zweig will eine Enderperle werfen Aber es ist ein Feuerball So, ich würde sagen Nach diesem Mega-Fail, den wir da gerade hatten Würde ich sagen, gehen wir direkt in das nächste Pack rein Das hier ist das Lee's Sponge Pack Man sieht auf jeden Fall schon Es hat viele SpongeBob-Anmerkungen Was das Pack schon mal sympathisch macht Es ist nicht übersteuert Okay Das Iron Sword ist ein Elon Musk This is Elon Musk Alles klar So, ich würde sagen Ich gehe direkt hier erstmal schon Bin Dias Was kann ich mit drei Dias machen Ich glaube, ich lagere die erstmal ein Und gucke erstmal Dass ich Sharpness ran bohle Ich sage ganz ehrlich So wie es ist, ne Ich will das Eisenschwert haben, Junge Ich glaube Ich versuche es einfach mal bei Blau Ich bin ja auch gespannt Auf den Badbreak-Sound Ob es da irgendwie so ein Sound ist oder so Aber Ne Der Badbreak-Sound ist irgendwie ganz normal Hm So, und Halt's Maul Holt euch das Touch-Effect Und ihr gewinnt jede Runde Ich hole mir erstmal Sharpness Ist der ja ein Sharpness 1 Elon Musk Doch Sieht das dumm aus Digga, dieser Mein Schatten sieht einfach Der Schatten sieht nicht aus wie Mein Schatten Sieht aus wie jetzt irgendwie so ein Einjähriges Kind gemalt oder so Also ganz ehrlich Was ich schon mal zu diesem Touch-Effect sagen kann Downloadt es euch Und ihr habt einen eigenen Elon Musk So, dann wird sie noch Schönen Rüstungs-Upgrade geholt Und wahrscheinlich noch Manic-Miner Und dann ist dieser Enchantete Elon Musk Auch ready für den Fight, Junge So, bitte nicht runterfallen hier So, guck mal, hier Jo, der hat auch einen Elon Musk Als Schwert, Junge Mit seiner Billo-Kopie, Alter Die er da hat Ich hab den wahren Elon Musk hier Sieht aus wie eine Sammelkarte Oh mein Bett ist weg Besser kann es ja nicht laufen Oh, das war es mit mir Oh mein Gott Ich hab ihn bekommen Ich sag ganz ehrlich Mit dem Elon Musk Nämlich jetzt Rache an den Grauen Wisst ihr was? Ich posche jetzt einfach Aqua So Mann, da ist vorne ist er Er ahnt von nichts Er ahnt von nichts Er weiß nicht, was ihm geschehen wird Aqua Ist tot Oh, da fällt mir ein Der letzte, der noch lebt Ist einfach gelb Junge Mit dem heiligen Elon Musk Werden wir jetzt einfach einen Win holen Alternativer Titel Ich hole mit Elon Musk Einen Win in Minecraft Bad Force Wenn ich das jetzt als Ziel Notionär Grüße gehen raus An mich in der Zukunft Oh mein So, zu guter Letzt Kommen wir dann auch mal Zum dritten Thatcher Pack Das heißt Einfach nur Komisches Thatcher Also komische Thatchers Und da stand auch noch Dickfett in Rot Augenkrebs Ich bin gespannt Was mich erwartet Ich sehe schon Was ganz interessantes Ich hinterfrag einfach nicht Wieso ich irgendwie Weiße Kohle hab Oder so Also weißes Kohleohr Was mich aber interessiert Kann ich mit diesem Einzigartigen Block Ein Gobbridge Ja gut Vergessen wir das Ich glaube ich soll bei Fastbridge bleiben Oder? Ne Ich bleib bei Fastbridge So ich hol mir mal ganz kurz Noch mal hier ein paar Tools Ich muss aber sagen Die Tools Die haben was Schreibt mal gerne eure Meinung In die Kommentare Ich muss sagen Die Tools sehen nicht mal Allzu bad aus Dafür dass das heißt Dafür dass da dickfett in Rot Augenkrebs drin steht Ja okay Das ist Gavt Ja Aber ich hab schon was Ganz ganz Schlimmes erwartet Oh Der blaue kann mich pushen Du baust dich hier nicht in meine Oh mein Gott Der hat mich fast bekommen Nein Ganz schnell ne Eisenrüstung holen Komm Come on Ich kann ihn holen Komm 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 Stark Oh mein Gott Sehr 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 Oh mein Gott Der Blaue kommt direkt nach Ich hau mir ein Gap rein Und Attacke 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 Ich kann ihn holen Komm 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 Nicht sterben Ey der Gap hat mich genau gesavet Ich kann es nur wiederholen Die Pickaxes Okay ich nehm alles zurück Ich wollte gerade wieder die Pickaxe loben Oder ehrlich gesagt die Tools Dann hab ich den Feuerball gesehen Was bist du Junge Das wird frisch aus der Chemie Oh ja